www.feyyaz.tv und im Gespräch mit dem Landammern und in Swissmade Museum Lina Appenzell. Ein Beinschuh vom Grossvater, den ich geschenkt habe, ein alter Reisegramm. Jetzt kommt noch etwas Wichtiges. Der Tonkopf, respektive die Nadeln. Stimmt das, jawohl. Hier kann man das Tempo bestimmen. Hier aufziehen mit den Kurbeln. Jetzt lassen wir einmal um Walzen laufen. Ein Nöserichs heißt der Stock. Ein Unserichs. Schöneichs Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020